Ich glaube, wir sterben. Ja, Rudi, das wird schon wieder. Wieso, ich nicht? Am Sauergraut ist noch keiner gestorben. Bitte, Hufferpfarrer. Servus. Rudi, schau mal, wen ich da mitgebracht hab. Herr Birkenberger! Wo juckt denn der Hobel? Wichter-Pathologe! Er hat ein bisschen zu viel Sauergraut erwischt. Schauen Sie sich das mal an. Komm mal her. Zunge. Tut das weh? Das? Das ist ein klassisches Sauerkrautkoma. Nein! Da müssen wir durchs Bauchfell rein. Bitte! Wir müssen das neutralisieren, bevor es zum Klären anfängt und explodiert. Nein! Lass mich! Nein! Rudi! Es ist ein Schmäh! Vergiss es! Machst du mir einen Fencheltee und eine Wärmeflatsche oder so, gell? Dann ziehst du ihm was vor, dann schläft er gut. Schnappsel? Sehr gern. Danke.